Kein Einsatz zu groß, keine Foto zu klein. Paw Patrol fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Wo-oh-oh, Paw Patrol. Wo-oh-oh, Paw Patrol. Die Paw Patrol rettet Weihnachten. Die alten Tennisbälle sind schöne Weihnachtsbaumkugeln. Genau, nicht verschwenden, wiederverwenden. Dann leg mal los. Super Schuss. Ich liebe Weihnachten. Und ich freue mich so auf den Weihnachtsmann. Wir müssen nicht mehr lange warten. Schmücken wir den Baum zu Ende. Ich habe das Popcorn. Oh. Popcorn für Heiligabend? Lecker. Hey, das ist doch nicht zum Naschen. Damit schmücke ich den Baum. Na gut, Popcorn riechen ist schon lecker. Aber noch lieber würde ich es vernaschen. Einen echten Tannenbaum zu schmücken war eine tolle Idee, aber er ist so riesengroß. Haben wir genug zum Schmücken da? Keine Sorge, Marshell. Ich habe in meiner Hundehütte noch ein paar Lichterketten. Ich hole sie. Also höher komme ich nicht. Wie sollen wir etwas an die Zweige ganz oben hängen? Kein Problem. Mit meiner Leiter. Die Lichterketten. Jetzt können wir schmücken. Ja. Ja. Fangen wir an. Schmuck. Schmückt den Baum mit bunten Kugeln. Fa la 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 la. Wuff, 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 wuff. Bunde, Katzen und auch Kinder. Fa la 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 la. Wuff, wuff, wuff. Freut euch auf das Fest jetzt wieder. Fa la 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 la. Wuff, wuff, wuff. Singt die alten Weihnachtslieder. Fa la 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 la. Wuff, wuff, wuff. Fellfreunde, sieht sehr hübsch aus, unser selbstgemachter Weihnachtsbaum-Schmuck. Hm. Irgendwas fehlt noch. Was? Der Stern. Auf die Spitze gehört ein Stern. Das mache ich. Flügel. Wuff. Ja, ich bin der Flughund. Wuff, wuff, wuff. Wuff, wuff, wuff. Wuff, 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 wuff. Das hast du gut gemacht. Wuff, wuff. Jetzt wird uns der Weihnachtsmann ganz bestimmt finden. Und ganz viele Geschenke mitbringen. Ja, das wird das beste Weihnachten überhaupt. Wuff, wuff, wuff. Ja. Juhu. Siehst du ihn? Ja, kommt er? Siehst du ihn schon? Hm, er ist auf jeden Fall auf dem Weg. Ich habe ihn auf seinem Flug um die Welt verfolgt. Oh, oh. Seht mal die Wolken. Ja, das wird ein richtig schlimmer Schneesturm. Und der Weihnachtsmann fliegt direkt hinein. Und der Schneesturm zieht zu uns. Direkt in die Abenteuerbucht. Der arme Weihnachtsmann. Keine Angst. Wenn jemand durch einen Schneesturm fliegen kann, dann der Weihnachtsmann. Habt ihr die Plätzchen rausgelegt und die Möhren für die Rentiere? Ja, aber... Ich habe ein paar von den Plätzchen probiert. Und ich, ich habe beim Probieren geholfen. Und auf einmal waren gar keine Plätzchen mehr da. Also, holen wir neue. Gut, und danach gehen wir schlafen. Dann kann der Weihnachtsmann kommen. Wenn der Schneesturm nicht früher da ist. Die Plätzchen riechen wirklich lecker. Heiligabend ist so schön. Es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Ihr müsst eingeschlafen sein, bevor der Weihnachtsmann kommt. Aber wir wollen den Weihnachtsmann sehen. Ja, ich werde die ganze Nacht wach bleiben, um ihn kennenzulernen. Ja, ich auch. Ich glaube nicht, dass ihr den Weihnachtsmann sehen werdet. Ich versuche das jedes Jahr und schlafe immer ein, bevor er kommt. Wir schaffen das. Ja, wir bleiben alle zusammen wach. Ja! Suma, nicht einschlafen. Wir wollen doch den Weihnachtsmann sehen. Was denn? Ich bin hellwach. Alle schlafen, bloß ich. Oh! Ja, und nicht die Geschenke. Oh! Die Weihnachtsgeschenke. Das wird eine holprige Landung. Oh! Auch das noch der Weihnachtsstern. Oh! Oh! Vorsicht, Donnerer! Pass auf! Komm zurück! Ho, ho, ho! Oh, nein! Moment, wo ist der Weihnachtsmann hin? Wer kann das sein? Hallo? Ho, ho, ho! Hallo, Ryder! Hier ist der Weihnachtsmann. Wie bitte? Der Weihnachtsmann? Du rufst mich an? Ich bin ein bisschen in Schwierigkeiten. Schuld ist ein schlimmer Schneesturm. Mein Schlitten ist abgestürzt, ich hab die Geschenke verloren und meine Rentiere sind weg. Aber das Schlimmste ist, ich habe den Zauberweihnachtsstern verloren. Den Zauberweihnachtsstern? Ja, der Zauber des Sterns lässt den Schlitten und die Rentiere fliegen. Ohne ihn werde ich nie mit dem Verteilen der Geschenke fertig. Weihnachten fällt aus. Darum möchte ich die Helfer auf vier Pfoten bitten, Weihnachten zu retten. Du möchtest, dass wir Weihnachten retten? Hm, ich war eigentlich der Meinung, dass kein Einsatz zu groß sei und keine Pfote zu klein. Genau so ist es. Die Hunde und ich werden alles tun, um Weihnachten zu retten. Wir sind gleich da. Paw Patrol zur Zentrale. Warten auf uns! Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Ein Notfall heute? Am Heiligabend? Oh, wie schade. Der schönste Tag des Jahres ist verdorben. Nicht nur für uns Fellfreunde. Wenn uns nichts einfällt, ist Weihnachten vielleicht für alle verdorben. Der Schlitten vom Weihnachtsmann ist leider abgestürzt. Und der Weihnachtsmann? Ihm geht es gut, aber die Säcke mit den Geschenken sind vom Schlitten gefallen. Alle Geschenke? Das ist echt schlimm. Was viel schlimmer ist, er hat seinen Zauberstern verloren. Und die Rentiere und der Schlitten können ohne den Zauberweihnachtsstern nicht fliegen. Und der Weihnachtsmann kann den Kindern nicht ihre Geschenke bringen und den Hunden auch nicht. Wo ist der Weihnachtsmann? Er sucht den Stern. Und er hat die Helfer auf vier Pfoten gebeten, Weihnachten zu retten. Ja! Wir retten Weihnachten! Rubble, du musst mit deinem Bagger den Schlitten freischaufeln. Rubble ist der Retter! Rocky, du hebst den Schlitten mit deinem Gabelstapler hoch. Und wir brauchen noch Teile für die Reparatur. Nicht verschwenden, wiederverwenden! Sky, Zuma und Marschall, ihr sucht mit dem Hubschrauber, dem Luftkissenboot und dem Feuerwehrauto nach den verlorenen Weihnachtsgeschenken. Yippie! Ich bin der Flughund! Ab ins Wasser! Marschall macht's! Chase, du treibst die Rentiere zusammen und fängst sie mit dem Netz ein. Das ist ein Fall für Chase! Alles klar! Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Riff, riff, riff! By the Joll! Riff, riff, riff! Lauf, los, 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 los! Wuhu! Lauf, los, 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 los! Ah! Lauf, los, los, los! Riff, 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 riff! Masi Moskro! with a ah! Tron,erno, roll, go! Riff, riff! Good job! Der Schlitten vom Weihnachtsmann. Ich kann es nicht glauben. Rubble, du gräbst den Schlitten aus und dann hebt Rocky ihn hoch, damit wir sehen können, was kaputt gegangen ist. Alles klar, Ryder. Wird gemacht. Und beeilt euch, sonst muss Weihnachten in diesem Jahr ausfallen. Ich hol mein Auto. Schaufel! Ich grabe jetzt den Schlitten aus. Das hast du gut gemacht. Rocky, du bist dran. Heb ihn hoch. Sehr gut. So sehen wir was. Durch den Unfall ist eine von den Kufen abgebrochen. Gefunden! Die können wir nicht mehr verwenden. Wir müssen was anderes nehmen. Sieh doch mal nach, ob du was findest. Hm. Und was fehlt da vorne? Wahrscheinlich der Zauberweihnachtsstern. Der Sturm wird wieder stärker. Lasst uns das schnell reparieren. Einen Sack habe ich gefunden. Der ist bestimmt vom Weihnachtsmann. Könnt ihr ihn abholen? Mach ich, Sky. Oh nein, das macht Marshall. Nicht, wenn ich vor dir da bin. Ich war schneller. Leiter hoch. Netz. Geschenke gerettet. Geschenke gerettet. Und leider nicht. Entschuldige, Marshall. Nichts passiert. Den Geschenken auch nicht. Suchen wir die anderen. Ich wusste, dass wir die alten Skier noch mal gebrauchen können. Super, Rocky. Die passen perfekt. Guck mal, Ryder. Die vielen Geschenke, die wir gefunden haben, das ist wie Weihnachten. Aber es ist doch Weihnachten. Das stimmt. Zum Glück stehen überall die Namen drauf. Es gibt viele Geschenke zu verteilen. Das stimmt. Sky und Marshall, ihr werft die Geschenke durch die Kamine. Zuma, du bringst die Geschenke auf die Robbeninsel. Beeilt euch. So schnell wie wir können. Chase, du suchst nach den Rentieren. Das ist ein Fall für Chase. Sie sind da lang. Nein, doch nicht. Sie sind da lang. Hä? Wie viele sind es noch mal? Acht. Oh, das sind viele Rentiere. Spuren. Nummer eins. Nein, so heißt kein Rentier. Moment. Blitz. Komet. Komm her, Donna. Cupid. Dasher. Prancer. Ja! Du bist Prancer. Der Weihnachtsmann sollte euch Namensschilder umhängen. Falltreffer. Falltreffer. Miau. 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 Noch mehr Schnee? Der Sturm wird immer stärker. Hoffentlich findet der Weihnachtsmann bald den Weihnachtsstern. Für die Bürgermeisterin. Also dann mal los. Aua. Wie macht der Weihnachtsmann das bloß? Oh, Henrietta. Sch, nicht die Bürgermeisterin wecken. Sieh mal, hier ist auch ein Geschenk für dich. Fröhliche Weihnachten. Fertig. Alles repariert. Jetzt fehlt nur noch der Weihnachtsstern. Ohne den Stern kann der Schlitten nicht fliegen. Hoffentlich hat er ihn gefunden. Ho, ho. Hallo. Hallo Weihnachtsmann. Hier ist Ryder. Gute Nachrichten. Wir haben den Schlitten repariert und die Geschenke sind fast verteilt. Das ist ja fantastisch. Ho, ho. Damit steht ihr für immer auf der Liste der Guten. Aber den Zauberweihnachtsstern habe ich leider immer noch nicht gefunden. Und wenn ich ihn überhaupt nicht wiederfinde, fällt Weihnachten aus. Oh, oh. Wenn er den Stern nicht findet, dann werden morgen ganz viele Kinder traurig unter dem Weihnachtsbaum sitzen. Und Hunde auch. Hm. Moment, ich habe eine Idee. Eigentlich müssten wir hier doch sehen, wo der Stern abgefallen ist. Passt auf. Wenn ich das Bild vergrößere, sehen wir vielleicht, wo der Stern... Der Stern ist auf Jumis Bauernhof gelandet. Auf geht's. Hoffentlich schaffe ich es vor dem Schneesturm zu Käpt'n Tollpatsch. Was? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Walli, ich muss zur Insel, bevor der Schneesturm kommt. Oh, oh, oh. Oh, bitte, Walli. Ich muss die Geschenke dahin bringen. Oh, oh, oh. Ach so, ich verstehe. Warte mal. Fröhliche Weihnachten. Er muss doch hier irgendwo runtergekommen sein. Also hier ist er nicht. Vielleicht weiß Kulinda etwas. Wo ist sie? Sie ist da oben. Sie hat den Stern. Und sie fliegt durch die Luft wie ein Rentier. Und wie sollen wir sie jetzt wieder runterkriegen? Kulinda! Frisches Heu. Komm und hol's dir. Ich schnapp ihn mir. Greifer. Gut gemacht, Rocky. Wir haben es geschafft. Ich rufe gleich an. Hoffentlich ist es nicht zu spät, um Weihnachten zu retten. Wir haben den Stern gefunden. Er ist in Sicherheit. Ho, ho, ho. Ich wusste, dass du und die Fellfreunde es schafft. Wir treffen uns beim Schlitten. Bis gleich, Weihnachtsmann. Bis gleich, Ryder. Er macht sich auf den Weg. Wir treffen den Weihnachtsmann? Das ist total cool. Wo ist Chase? Der Weihnachtsmann braucht die Rentiere. Wuh, 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 wuh. Nicht da lang. Hier lang. Nein, warte. Komm zurück. Es ist Weihnachten. Spielen könnt ihr ein andermal. So ist es gut. Oh nein. Nicht schon wieder. Megafon. Wuh. Rentiere hergehört. So ist es gut. Und jetzt machen wir uns auf zum Weihnachtsmann-Schlitten. Jetzt wird alles gut. Wartet auf mich. Wartet. Ja. Ihr habt es geschafft, meinen Schlitten zu reparieren. Ja, wir müssen nur noch den dran machen. Hoffentlich funktioniert er noch. Ho, ho, ho. Mein Zauberstern. Ryder, ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Ich hab schon gedacht, dass Weihnachten zum allerersten Mal ausfällt. Aber du und die Hunde, ihr habt es gerettet. Haben wir doch gern gemacht. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Ho, ho, ho reicht. Ho, ho. Das merk ich mir ganz bestimmt. Oh ja. Der Schlitten ist so schön. Ich wollte immer schon mal in ihm sitzen. Ich auch. Vorwärts, Komet und Cupid. Vorwärts, Donner und Blitz. Dann saust mal alle los. Oh. Oh. Juhu. Ho, ho, ho. Die Rentiere lieben es einfach, loszufliegen. Ja. Juhu. Juhu. Wee. Ja. Wie fliegt man mit dem Ding? Juhu. Das macht Spaß. Nicht so wild. Wir fliegen mit dem Schlitten vom Weihnachtsmann. Juhu. Ja. Juhu. Juhu. Ich glaube, ihr hattet sehr viel Spaß. Aber jetzt muss ich los, sonst warten die Kinder vergebens auf ihre Geschenke. Dann saust man alle los. Ho, 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 ho. Fröhliche Weihnachten, Weihnachtsmann. Fröhliche Weihnachten, Paw Patrol. Und vielen Dank. Der Weihnachtsmann hat es nicht geschafft, unsere Geschenke zu bringen. Geschenke? Wer braucht Geschenke? Wir haben so viel erlebt. Ja, ich habe den Weihnachtsmann-Schlitten gelenkt. Genau. Und wir haben den Weihnachtsmann kennengelernt. Und wir haben Weihnachten gerettet für die ganze Welt. Das ist das beste Weihnachten überhaupt. Ihr seid die allerbesten Rettungshunde. Und jetzt gehen wir wieder ins Bett. Es ist schon fast Weihnachtsmorgen. Juhu. 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 Vergessen. Dürfen wir die Geschenke auspacken? Ja. Halt, wartet mal. Erst Ryder. Ja, Ryder zuerst. Was habt ihr denn gedacht? Das haben wir für dich ausgesucht. So einen habe ich mir gewünscht. Der schmeckt bestimmt gut. Über den hätte ich mich auch gefreut. Riecht wirklich lecker. Wisst ihr was, Fellfreunde? Ich schenke ihn euch. Fröhliche Weihnachten. Ja. Ja. Das ist toll. Juhu. Juhu. Part Patrol, Part Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit Ryder und die Weltfreunde helfen in Schwierigkeit Marshal, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zur Stelle Kein Einsatz zu groß, keine Foto zu klein Paw Patrol fällt stets was ein Ein Anruf reicht, wir sind bereit Paw Patrol, Paw Patrol Rubble, der Fundhund Ich verspreche Ihnen, Frau Bürgermeisterin, dass Rubble die Stufe ganz schnell repariert Rubble ist der Retter Genau Also wirklich, Rubble ist der geborene Helfer Wo habt ihr ihn gefunden? Rubble, den haben wir auf einem Baum entdeckt Auf einem Baum? Ja, auf einem Baum, ist schon eine Weile her Marshal, Chase und ich haben im Garten Ball gespielt Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn Ich hab ihn doch nicht Ich hol ihn Oh nein, der Ball Ein Ball Erwischt Den krieg ich Oh oh Alles in Ordnung? Mir geht's gut Danach sieht es aber nicht aus Ich rufe Hilfe Ein Hund sitzt in einem Baum fest Oh oh Das ist kein guter Platz zum Spielen Hab keine Angst, wir holen dich da runter Ich hab keine Angst Ich will nur nicht ins Wasser fallen, das sieht so kalt aus Ich mag warmes Wasser Mit viel Schaum Der Weg ist zu schmal und zu steil Hm Chase, dein Netz Daran hält sich der Kleine beim Klettern fest Das ist ein Fall für Chase Auf geht's Netz Du hast ja eine tolle Ausrüstung Und so ein tolles Netz Danke Jetzt kletterst du langsam darauf nach oben Aber vorsichtig Ich verspreche, ich bin vorsichtig Danke, danke, danke Das haben wir gern gemacht Hey, das kitzelt Danke, ihr habt mich gerettet Dafür sind wir da Sag mal, hattest du Angst? Ja, ich hatte, hatte sowas von keine Angst Ich bin sehr mutig Ich bin Ryder Wie heißt du denn, Kleiner? Ich bin Rubble Hey, du hast wohl schon lange nichts mehr gegessen Na ja, ist wirklich schon eine Weile her Du hast den ganzen Tag noch nichts gegessen, oder? Ganz viele Tage Was? Warum denn das? Ich habe keinen, der mir was zu essen gibt Du bist ganz alleine? Aber das macht mir nichts aus Hallo, hier ist Ryder Hallo Ryder, hier ist Jake Hallo Jake, wo bist du? Ich war unterwegs und bin abgerutscht Jetzt stecke ich zwischen Schneebrocken fest und komme nicht mehr raus Was? Schneebrocken? Hast du dir was getan? Ich bin nicht verletzt, aber die Schneebrocken sind groß und schwer Ich komme hier nicht mehr weg Meinst du, die Helfer auf ihr Pfoten könnten mir helfen? Na klar, kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein Danke Ryder Du kannst dich auf uns verlassen Das war total lecker Paw Patrol, zur Zentrale Ryder braucht uns Wir müssen los Was ist denn? Wir sind die Paw Patrol Wenn Ryder uns ruft, dann braucht jemand unsere Hilfe Und wir müssen sofort los Warte, was ist die Paw Patrol? Jeder Hund kann etwas, womit wir anderen helfen können Achtung! Ich bin gut im Feuerlöschen Aber mit Fahrstühlen habe ich ein bisschen Probleme Oh, toll Oh, tolle Aussicht Fellfreunde, Jake sitzt zwischen großen Schneebrocken fest Wir müssen ihn ausgraben Ich buddel total gern Sky, du fliegst mit deinem Hubschrauber rauf zum Berg und suchst nach Jake Ich bin der Flughund Chase, wir brauchen vielleicht deine Seilwinde für den Fall, dass wir Jake hochziehen müssen Das ist ein Fall für Chase Alles klar, die Helfer auf ihr Pfoten legen los Wow Rup, rup, rup Woohoo Woof Woohoo 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 Yahoo Juhu 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 Äh, Ryder, ich hab einen Mitfahrer Ich glaube, ich weiß, wer es ist Dann schnall ich ihn besser mal an Juhu Ja, juhu Ja, juhu Ja, juhu Ja, juhu iksi Juhu die Hat dir die Fahrt gefallen? Ja und wie. Tolles Auto. Danke, dass du mich mitgenommen hast. Habe ich gern gemacht. Sky sucht eine sichere Stelle zum Abseilen. Wir machen dein Seil an meinem Bauchgut fest, damit ich runterkomme. Ja, juhu. Wow, macht bestimmt Riesenspaß. Ich wollte immer schon mal Snowboard fahren. Und wenn ich da runterkomme, kann ich Ryder helfen, Jake zu befreien. Kann losgehen. Und wie sieht es dort unten aus? Ich sehe meine Nacht. Nur noch ein kleines Stück und du bist direkt bei Jake. Da bin ich aber froh. Danke, Sky. Habe ich gern gemacht. Hallo, Jake. Geht's dir gut? Geht so. Wenn's nur nicht so kalt wäre. Gleich haben wir dich da rausgeholt. Diese Schneebrocken sind hart gefroren. Hey, Chase. Ich könnte hier die eine oder andere Pfote als Hilfe gebrauchen. Ich bin schon unterwegs. Hey, Rubble. Äh, Rubble? Wo steckt der denn? Der kommt mir doch bekannt vor. Hallo, Ryder. Du bekommst gleich Gesellschaft. Ryder, Snowboard fahren macht Riesenspaß. Du hast gesagt, du kannst Pfoten gebrauchen. Ich habe vier. Tja, weißt du, wir müssen viel Schnee wegräumen, sonst kriegen wir Jake nicht da raus. Warte mal eben. Moment, Rubble. Was ist, wenn das zusammenfällt? Rubble. Rubble? Jake, sag mal, läuft da irgendwo ein kleiner Hund rum? Meinst du diesen kleinen, fleißigen Kerl? Ist ja gut. Ich freue mich auch, dich kennenzulernen. Das kitzelt. Er hat dich ausgegraben. Das hast du sehr gut gemacht. Ja, danke. Du bist der Beste. Ist der kleine Buddelheld neu bei der Paw Patrol? Hm. Freunde, es gibt etwas, das ich euch sagen muss. Das ist ja spannend. Ich habe ein Zuhause für Rubble gefunden, wo er zu essen hat und Freunde, einen kuscheligen Schlafplatz und eine wichtige Aufgabe. Das ist ja toll, Rubble. Aber du wirst uns fehlen. Ja, wir haben dich ganz doll lieb. Rubble wird euch nicht fehlen, denn sein neues Zuhause ist bei uns. Und ab heute gehört er zur Paw Patrol. Ja! Ja! Wirklich? 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 Ich dachte mir, wenn du so gern buddelst, dann bist du jetzt unser Bauhund. Was meinst du? Ja! Oh Mann, oh Mann! Ja! Ja! Und ich hoffe, du freust dich, wenn du deine eigene Hundehütte bekommst. Klar, und ich helfe euch gern. Ein Buddelhund fehlt euch noch. Rubble, versprichst du als ein Helfer auf vier Pfoten dein Bestes zu geben und immer zu helfen, wenn Hilfe gebraucht wird? Ich verspreche es! Dann bekommst du jetzt offiziell deine Paw Patrol Hundemarke. Wow! Die ist für mich? Und du bekommst einen Schutzhelm von mir, damit dir nichts passieren kann. Jetzt gehörst du zu uns, zur Paw Patrol. Herzlich willkommen! Und noch etwas, Rubble. Am Ende der Rutsche wartet eine große Überraschung auf dich. Wirklich? 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 Wirklich! Nichts wie hin! Klasse! Juhu! 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 Ist der für mich? Naja, du musst noch ein bisschen wachsen, bevor du ans Lenkrad kommst. Aber das wird schon. Und seitdem ist Rubble bei allen Einsätzen dabei Ich bin der allerbeste Baurettungshund Ja, das bist du wirklich, Rubble Die Walrossrettung Schaufel Rubble räumt auf Darf ich werfen, Rocky? Bist du bereit? Ja, bin ich Guter Wurf Und ohne hinzusehen Greifer Es macht total Spaß, den Strand der Abenteuerbucht sauber zu machen Das war aber auch dringend nötig Der Wind hat die meisten Mülleimer umgeworfen Ich bin sehr gespannt, wer heute den Preis als bester Strandmüllsammler gewinnt Ich will den Knochen gewinnen Dann musst du besser sein als ich Ich bin so schnell wie eine Maschine An diesem Müllberg seid ihr einfach vorbeigegangen So gewinnt ihr den Knochen niemals Hallo Walli Tut mir leid, im Moment gibt es keine Belohnung Ich fische nämlich Müll aus dem Wasser Na schön, wenn du mir hilfst, muss ich dir wohl was geben Wie wär's mit ner Muschel? Hier, bitte, mein Freund So ein schönes Kunststück Kannst du noch eins? Du hast dir sehr viel Mühe gegeben Ach so, die Luft anhalten Das ist ganz neu Du bist schon ziemlich lange unter Wasser Walli, ich finde, das reicht jetzt langsam Walli, wo bist du? Okay, ich fahre hin und fahre Ryder, hier ist Captain Tollpatsch Hallo Captain, was gibt es denn? Es geht um Walli Er wollte mir ein Kunststück zeigen und ist ganz tief runtergetaucht Und jetzt kommt er nicht wieder rauf Also ich verstehe das nicht Sie sagen, Walli ist unter Wasser? Ja, ich glaube, er steckt fest Walrusse können lange die Luft anhalten Aber nicht ewig lange Könnt ihr bitte nachsehen, was mit ihm ist? Keine Sorge, Captain Die Paw Patrol ist schon unterwegs Paw Patrol zur Zentrale Ryder braucht uns! Ich komme! Achtung! Schön, dass ihr mir nie böse seid Die Helfer auf ihr Pfoten sind bereit, Ryder Schön, dass ihr schon da seid, Freunde Heute müssen wir uns richtig beeilen Es gibt ein Problem mit Walli Er wollte Captain Tollpatsch etwas vorführen Er ist getaucht und immer noch unter Wasser Malrosse können lange die Luft anhalten Aber nicht ewig lange Zuma, du bringst deine Tauchausrüstung mit Und dann suchen wir beide nach Walli Ab ins Wasser! Chase, halte deine Seilwinde bereit Für den Fall, dass wir Walli rausziehen müssen Das ist ein Fall für Chase Alle anderen räumen weiter den Strand auf Und gewinn den Knochen! Alles klar! Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Ja,tobel ist, ja! Oh ja! Riff, riff, riff! Woohoo! Oh, oh, oh! Ja, riff! Wow, riff, riff! Woohoo! 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 Chase, du fährst zum Strand. Mach nicht Ryder. Rettungsweste aufglasen. Ich bin direkt gegenüber von Captain Tollpats Schiff. Das ist gut. Wir versuchen jetzt erstmal rauszukriegen, was mit Walli los ist. Beide, Zuma, danke, dass ihr so schnell gekommen seid. Keine Sorge, Captain, wir finden Walli. Fertig, Zuma? Achtung, fertig, nass werden. Los, Paul. Patrol. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Siehst du das, Suma? Das Netz ist ganz straff. Es hängt an dem Anker fest. Ah, ah! Alter! Na komm, Walli, mein Freund. Du schaffst das. Das weiß ich ganz genau. Walli? Walli, du bist wieder da! Ja, ich hab's gewusst. Also, ich wusste es nicht richtig, aber ich hab's gehofft. Walli hat sich mit dem Fischernetz eingewickelt. Er ist zu groß. Ich krieg ihn nicht raus. Wir ziehen Walli mit der Seilwinde von Chase an Land. Dort können wir ihn dann auswickeln. Gute Idee. Das machen wir. Chase! Ryder braucht die Seilwinde. Ist gut, Seilwinde! Wuh! Hier, fang! Papi! Danke, ganz schön schwer, so ein Walross. Chase! Zieh ihn langsam an Land! Seilwinde! Seilwinde! Wuh! Ja! Toll gewarnt! Juhu! Oh! Walli! Du bist gerettet! Ich hab mir Sorgen gemacht! Oh! 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 Hurra! Danke, Ryder! Zuma und Chase natürlich auch! Ihr habt Walli gerettet! Oh! Oh! Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht! Wuhu! Ryder, sieh mal! 16 Kisten mit Recyclingmüll. Wow! Rocky! Hast du das alles alleine eingesammelt? Naja, die anderen haben mir geholfen. Das ist der Müll, den wir alle gemeinsam gesammelt haben. Und wie ich es versprochen habe, bekommt der fleißigste Hund von euch den Knochen. Eigentlich sind alle Hunde fleißig gewesen. Drei, 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 drei. Ja! Ja! Ich hab ihn! Die Feldbrotta sind immer für Dich da. Wir halten zusammen, das ist auch klar. Ha, ha! Walli kann die besten Kunststücke machen. Ha, ha, ha! Ja, ha, ha! Juhu! ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Paw Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Weltfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshal, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zu stellen. Kein Einsatz zu groß, keine Foto zu klein. Paw Patrol, fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Oh, 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 Paw Patrol, oh, 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 Paw Patrol. Das Kaninchen-Problem. Fertig? Fertig? Fertig. Los! Ja! 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 Boah, nicht schlecht, Chase. Ja, das war eine super Abkürzung. Danke. Herr Pfeffer, warten Sie nur, bis Sie meine köstlichen Karotten probiert haben. Eigenartig, eine Reihe Karotten fehlt. Ihre Karotten wachsen ja rückwärts. Ach, hab dich! Oh! 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 Genau wie ich dachte. Kaninchen! Oh! Oh! Ah! Oh! Oh! Ein Satz zu groß, keine Pfote zu klein. Uns kann kein Kaninchen entwischen. Paw Patrol zur Zentrale. Weiter braucht uns. Nichts passiert. Wartet auf mich. Tja, so einen Hintern aus Metall hat nicht jeder. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Gut, dass ihr so schnell gekommen seid, Freunde. Bäuerin Yumi hat ein großes Karottenfeld in diesem Jahr. Oh, ein süßes Kaninchen. Süß, aber hungrig. Die Kaninchen fressen Bäuerin Yumis Karotten auf. Wir müssen sie irgendwo hinbringen, wo sie sicher sind. Und wo sie Yumis Ernte nicht wegfressen. Bei uns in der Zentrale wären sie sicher. Tut mir leid, Sky. Es sind zu viele Kaninchen auf Yumis Hof. Die können auch nicht bei uns bleiben, das geht nicht. Wo sollen sie denn hin? Wir siedeln sie um auf ein großes Feld in den Bergen. Das wird ihnen gefallen. Aber zuerst müssen wir sie einfangen. Rubble, du musst mit deiner Schaufel einen Graben um das Karottenfeld ziehen und die Tunnel der Kaninchen finden. Rubble ist der Retter. Ja, Chase, wir brauchen dein Megafon, um die Kaninchen zusammenzubringen. Und vielleicht brauchen wir auch dein Netz, um sie einzufangen. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Poten legen los. Das ist ein Fall für Chase. Woof! Woohoo! 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 Komm schon, Komm schon! Wenigstens konnten wir einige Karotten vor den hungrigen Kaninchen retten. Herr Pfeffer! Hallo, Bäuerin Yumi. Hallo, Herr Pfeffer. Hallo, Ryder. Danke, dass ihr gekommen seid. Das sind ja eine Menge Löcher. Die Kaninchen sind echt schnell. Rubble, zieh einen Graben um das Feld, dann können wir sehen, wie viele Tunnel und Kaninchen es hier gibt. Wird gemacht! Ruff! 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 Schaufel! Ich treib die Kaninchen zusammen. Aber Ryder, wo bringen wir sie bloß unter? Hast du dir das schon überlegt? Hm, ich hab ne Idee. Rocky, kannst du ein paar Transportboxen holen und die alten Hundebetten reinlegen? Klar! Nicht verschwenden, wiederverwenden. Sehr gut. Sky, kannst du sie bitte herfliegen? Ja, ich mach mich sofort auf den Weg. Ich bin im Handumdrehen da. Danke, Fellfreunde. Ryder Ende. Hä? Ich hab hier etwas. Hä? Sogar zweimal etwas. Hä? Wuh! 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 Ich hab dich! Ich hab dich! Ich hab dich! Hä? Warte! Hä? Wo willst du hin? Hey! Hey! Wuh! 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 Jason, versuch sie mal in Colindas Stall zu treiben. Geht klar, Ryder. Ihr könnt Chase nicht abhängen. Aber ihr schafft mich ganz schön. Yeah, Sky. Diesen Karotten können die Kaninchen nicht widerstehen. Zwei weitere laufen in deine Richtung, Chase. Megafon. Achtung an alle Kaninchen. Wir haben Transportboxen mit schönen weichen Betten. Damit bringen wir euch zu eurem neuen Zuhause. Und in jeder Box wartet eine knackige, leckere Belohnung auf euch. Es funktioniert. Die sind echt süß. Habt ihr es bequem da drin? Ja, ich bin der Flughun. Was macht ihr? Sie sind zwar süß, aber sie machen ganz schön viel Ärger. Ich kann es kaum erwarten, einen schönen, frischen Salat zu machen aus Bäuerin-Jumis. Kaninchen? Oh, ihr seid unartig. Lasst das. Kaninchen? Oh. Haben wir alle erwischt? Ich glaube, Kulinda ist in Schwierigkeiten. Los. So eine ängstliche Kuh. Keine Sorge, mein Kleiner. Ich hab dich. Hallo, Herr Pfeffer. Was gibt's? Ryder, jetzt hab ich ein großes Kaninchen-Problem. Die sind hier überall. Könntest du bitte bald kommen? Oder sofort? Wir sind unterwegs. Oh nein, tut das nicht. Wo ist es denn hin? Ihr seid ungezogen. Ihr habt hier nichts verloren. Du kannst hier rein zu deinem... Wo sind sie denn jetzt hin? Ich werde Ihnen helfen, Herr Pfeffer. Wuff, wuff. Eine Schaufel voll Kaninchen. Gute Idee, Rubble. Keine Sorge. Wir haben einen super tollen Platz für euch zwei. Was? Noch mehr Kaninchen? Hä? Oh. Oh, so viele kann ich nicht wegschaufeln. Ich weiß, was wir tun. Herr Pfeffer, bekomme ich ein Stück von Ihrer köstlichen Möhrentorte? Kommt sofort. Hä? Danke. Hier ist was Leckeres. Chase, wir brauchen dein Netz. Netz. Wuff. Wuff. Gut gemacht, Chase. Du hast sie erwischt. Oh ja, genau da. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Bringen wir die Kaninchen an irgendeinen Ort, wo sie niemanden stören und wo sie nicht gestört werden. Wiedersehen, Kaninchen. Ich werde dich vermissen. Und dich. Und dich. Und dich. Und dich auch. Ich glaube, die werden es richtig gut haben hier draußen. Wer kitzelt mich denn da? Na, du kleine Ausreißer. Die Karotten von Bäuerin Yumi sind echt lecker. Kein Wunder, dass so viele Kaninchen auf ihrem Hof waren. Es ist mir gefolgt, Ryder. Darf ich es behalten? Bitte. Ich denke, mit einem Kaninchen kommen wir klar. Ja, Ryder. Du bist der Beste. Also, ihr habt wieder mal toll geholfen, Fellfreunde. Ja. Wuff. Ja. Wuff, wuff, wuff. Oh ja, die Fellfreunde sind immer für dich da. Na gut. Wo kommen die denn alle her? Wer weiß. Aber sie sind sehr lustig. Echt hübsch, deine Schaumfrisur, Rubble? Du meinst die hübsche Seifenblasenfrisur. Okay, Rubble. Jetzt aber raus mit dir. Ich muss dich für die Hundeschau frisieren. Glaubst du ja nicht, dass ich bei einer Hundeschau dabei sein darf? Wenn wir bei der Hundeschau gewinnen, bekommen wir einen Pokal. Und einen Knochen. Knochen. Hey, Rubble. Ryder wartet auf dich und Marshall in der Zentrale. Hä? Er will eure Fahrzeuge überprüfen. Die Sicherheitsüberprüfung. Das habe ich vergessen. Hab auch nicht dran gedacht. Ich hatte nur meine Seifenblasenfrisur im Kopf. Komm schon, Rubble. Worauf wartest du noch? Unsere Fahrzeuge müssen tip-top sein. Dann los. Wuh, 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 wuh. Tut mir leid, Kathi. Ich kann dir bei der Hundeschau nicht helfen, auch wenn ich es gerne würde. Ist schon gut. Sorgt dafür, dass eure Fahrzeuge sicher sind. Das ist wichtiger. Ich bin sicher, dass mich ein anderer Hund unterstützt. Ich mache es. Wer die beste Drehung kann. War nur Spaß. Mach schon, Suma. Oh, Katzi. Sieht alles gut aus auf der Unterseite meines Quads-Fellfreunde. Bei mir auch. Bin gleich fertig mit Kühlwasser nachgießen. Hallo, hier ist Ryder. Hallo, Ryder. Frau Bürgermeisterin, was gibt es? Tja, du wirst es nicht erraten. Henrietta und ich haben ein Picknick am Strand gemacht. Und plötzlich ist ihre Lieblingsgummi ent ins Wasser gefallen. Also sind wir rausgerudert, um sie wiederzuholen. Oh, hat sie sie wiedergekriegt? Nein, und Henrietta ist ganz durcheinander. Und so sehe ich auch Rudere. Die fiese Strömung zieht uns in die falsche Richtung. Komischerweise hat es mir nicht geholfen, die Ruder über Bord zu werfen. Die Strömung zieht sie raus aufs Meer? Frau Bürgermeisterin, das ist ein Notfall. Ja, ich weiß. Ryder, hilf uns. Seien Sie unbesorgt. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Tut mir leid, Cathy, aber ich muss los. Ich weiß, du kannst nicht mitkommen zur Hundeschau. Aber ich habe noch nie so ein weiches Fell gehabt, falls das was ausmacht. Vielleicht sollte ich lieber auf die Katzenschau warten. Marshall, deine Wasserdüsen. Ich will nicht nass werden. Keine Sorge, der spritzt nicht, wenn ich nicht so bälle wie jetzt. Entschuldige, Zuma. Ist schon das zweite Mal, dass ich heute bade. Hier riecht es aber ganz schön nach nassem Hund. Die Helfer auf ihr Pfoten sind bereit. Freunde, die Strömung zieht das Boot der Bürgermeisterin und Henrietta aufs offene Meer. Wir müssen sie wieder an Land bringen und Henriettas Gummiente finden. Oh, armes kleines Hühnchen. Wer liebt denn nicht seine Gummiente? Zuma, wir brauchen den Rettungsring und ein Seil, um sie wieder an Land zu ziehen. Ab ins Wasser. Sky, wir brauchen dich, um das Wasser zu überblicken. Von oben siehst du besser. Halte nach der Bürgermeisterin und Henriettas Lieblingsente aus, schau. Ruff, ich hebe jetzt ab. Sieht nach einer ziemlich nassen Rettungsaktion aus. Ich kann es nicht abnass zu werden. Wissen wir. Alles klar, die Helfer auf ihr Pfoten legen los. Ruff, 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 ruff. Juhu, ja. Ruff, ruff, ruff. Juhu. 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 Rettungsweste aufblasen. Ryder, ich sehe die Bürgermeisterin. Die Strömung zieht ihr Boot aufs offene Meer. Danke, Sky. Wir sind unterwegs. Los, wir prüfen noch unsere Fahrzeuge, Rubble. Rubble ist der Retter. Was willst du machen, Chase? Ich weiß nicht. Hallo, Rocky. Hallo, Chase. Ist Zuma da? Er ist unterwegs. Ryder braucht ihn für einen Einsatz. Das klingt ganz so, als könnte Zuma auch nicht mit auf die Hundeschau. Möchte vielleicht einer von euch mitkommen auf die Hundeschau? Ich nicht. Die Schau bedeutet waschen. Und waschen bedeutet Wasser. Und Wasser mag ich nun mal ganz und gar nicht. Keine Sorge, Kati. Ich komme mit. Das ist ein Fall für Chase. Danke, Chase. Komm gleich vorbei. Bin unterwegs. Komm schon, Rocky. Ich verspreche dir, du wirst nicht nass werden. Also gut. Aber denk dran. Nicht eintropfen. Da sind sie. Hier her. Hier her. Wir sind gleich bei Ihnen. Bleiben Sie ruhig. Ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Sieh nur, Henrietta. Da ist Ryder. Die Portantone ist hier. Nein. Henrietta. Henrietta. Halte durch. Ryder. Ich hab die Gummi-Ente gesehen. Sag Henrietta. Ich bring sie zu ihr. Ich sag's ihr, sobald ich sie aus dem Wasser geholt habe. Henrietta. Wo bist du? Oh, Ryder. Du musst mein geliebtes Hühnchen unbedingt retten. Da ist sie. Halte durch, Henrietta. Ich hol sie. Rettungsring. Ich hol dich, Henrietta. Nein, nicht. Oh, ja. Oh, Henrietta. Du bist glitschnas und das ist alles meine Schuld. Okay. Schleppen wir das Boot an Land. Los. Rettungsring. Oh, mein armes kleines Hühnchen zittert. Ruf den Polizeihund. Sperrt den Verkehr. Wir müssen sie ins Trockene bringen. Das ist ein Notfall. Oh, ja. Das ist die Stelle. Und da auch. Chase, komm sofort mit deinem Fahrzeug her. Oh, nein. Nicht schon wieder. Henrietta ist ins Wasser gefallen. Du musst alle Straßen sperren, damit wir sie so schnell wie möglich ins Trockene bringen können. Es ist ein Notfall. Das ist ein Fall für Chase, Ryder. Tut mir leid, Cathy, aber... Ich weiß. Du musst los. Nun ja, das war's dann wohl mit der Hundeschau. Gehst du nicht hin? Ich kann doch nicht einfach ohne Hund zur Hundeschau gehen. Okay, ich mach es. Im Ernst? Ehrlich? Oh, Rocky, du bist der allerbeste Hund. Hey, das Bad ist ja gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Das liegt daran, dass du noch nicht nass bist, Rocky. Oh, richtig. Könntest du mich nicht irgendwie trocken nass baden? Du musst das nicht machen, Rocky. Ist schon gut, Cathy. Ich spring jetzt rein. Rocky, rockt! Eww, das Wasser ist ja ganz nass. Okay, es geht los. Schnell zum Rachthaus. Wir wickeln sie gleich in ihr Lieblings-Bio-Baumwolldeckchen. Oh, ja. Rocky, das steht dir. Wie nennt sich die Frisur? Der volle Harnenkamp. Gar nicht übel. Eine kleine Sache fehlt noch. Rocky gefällt das. Wir müssen den Zug erwischen, sonst schaffen wir es nicht zur Hundeschau. Sicherheitsprüfung abgeschlossen. Los, komm. Es ist Zeit für die Hundeschau. Ja. Gleich gibt es den Pokal für Mischlinge. Die Sieger bei den am besten aussehenden Mischlingen. Cathy und Rocky. Freunde, ihr könnt richtig stolz sein. Ihr habt die Bürgermeisterin und Henrietta gerettet und Cathy geholfen. Ihr habt alle gewonnen. Ja. Oh ja, die Feldfreunde. Wir sind immer für dich da. Wir halten es zusammen. Das ist auch so. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Hey, Freunde. Seht mich an. Ich bin super, super cool. Auf Rocky-Art. Ich bin super, super cool. Ich bin super, super cool. Der Öl-Teppich. Na, Ryder? Was machst du? Hallo, Rocky. Ich muss mein Quad reparieren. Brauchst du eine helfende Pfote? Ja, das wäre sehr nett. Könntest du mir mal bitte die Zange reichen? Klar, mache ich. Greifer. Danke schön, Rocky. Mann, oh Mann. Es ist super schwierig, die vielen Wale in der Abenteuerbucht zu zählen. Die schwimmen immer weg. Wie sagt man, komm zurück, damit ich dich zählen kann in der Walsprache? Oh, hier steht es. Oh, das hört sich nicht an wie ein Wal. Oh, oh. Ahoy, da oben. Ist alles in Ordnung? Mir geht es gut, aber ich glaube, ich habe den Felsen gerammt. Das Schiff hat ein Loch und jetzt läuft Öl aus. Keine Sorge, ich weiß, wen ich anrufen kann. Schraubenschlüssel, bitte sehr. Schraubenzieher, kommt sofort. Ah, Puppet. Puppet. Hier ist Ryder. Wir haben einen sehr, sehr schlimmen Notfall in der Bucht. Ein Schiff hat die Felsen gerammt und es verliert Öl. Öl? Das ist richtig schlimm für die vielen Tiere, die in der Bucht leben. Das stimmt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Fische und Vögel und die anderen Meerestiere vor dem Öl geschützt werden. Davon können sie nämlich krank werden. Oh, oh. Was ist denn, Captain? Ein paar Wale schwimmen auf das Öl zu. Nicht näher kommen! Oh, Vorsicht! Oh nein! Der Babywahl hat ganz viel Öl auf dem Kopf. Das ist furchtbar. Fürchterlich furchtbar. Wir sind unterwegs, Captain. Ich meine, danke. Bereilt euch! Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Ich freue mich schon auf das neue Hundefutter. Oh, Paw Patrol zur Zentrale. Keiner braucht uns! Oh, oh. Achtung, ich komme! Marshall, ist alles in Ordnung? Haben Sie mehr Käse ins Futter gemacht? Los, komm! Ich weiß, ich bin ein bisschen tollpatschig. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Hört zu, Freunde. In der Abenteuerbucht gibt es einen schlimmen Notfall. Ein Schiff hat ein Loch und verliert Öl im Meer. Boah, dann wird der Strand ja total schmutzig. Und die ganzen Tiere in der Gegend auch. Ein Babywahl ist schon durch das Öl geschwommen. Seht euch das an. Oh, oh. Durch das Öl können die Tiere Hautausschlag bekommen und Schwierigkeiten beim Fressen und Atmen. Wir brauchen ein Rettungsteam da draußen, um den Wal sauber zu machen. Und das Wasser. Ganz schnell. Zuma, wir brauchen dich und dein Luftkissenboot, um das Loch zu verschließen. Ab ins Wasser. Marshall, du kannst mit deinem Wasserschlauch das Öl von dem Babywahl abspritzen. Kathi könnte dir dabei sicher helfen. Marshall macht's. Bei diesem Einsatz brauche ich viele helfende Pfoten. Die anderen Fellfreunde halten sich bereit. Geht klar. Ja. Ja, lass dich auf uns. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ja, lass dich auf uns. Rettungsweste aufblasen. Hallo, Kathi. Danke für die Hilfe. Kein Problem, Marshall. Ich hab hier Spezialseife, um dem Babywahl das Öl abzuwaschen. Und ich hab Wasser dabei. Wuh, wuh. Wuh. Ups. Tut mir leid, Katzi. Je eher wir das Loch verschließen, desto weniger Öl müssen wir wegmachen. Und wir müssen den kleinen Wal sauber machen. Haben Sie zufällig etwas, womit wir das Loch verschließen können, damit das Öl nicht weiter ausläuft? Ich habe das hier. Einen Bootsfender. Prima. Er passt. Jetzt kann erst mal kein Öl auslaufen, bis das Loch richtig repariert wurde. Danke, Ryder. Kein Problem. Jetzt müssen wir erst mal den Babywal waschen. Haben Sie ihn gesehen, Captain Tollpatsch? Nein, hab ich nicht, Ryder. Aber er kann nicht weit sein. Wir müssen den Wal zum Strand bringen, damit Marshall und Kathi ihn sauber machen können. Haben Sie irgendwas, womit wir die Wale anlocken können? Ja, ich habe jede Menge Fisch an Bord. Klasse. Zuma, dein Rettungsring. Wuh, wuh. Rettungsring. Captain, wenn Sie Zuma etwas von dem Fisch mitgeben, dann folgt ihm der kleine Wal vielleicht an den Strand. Ah, tolle Idee, Ryder. Ich glaube, es funktioniert. Komm und hol ihn dir. Party, Marshall, haltet euch bereit. Der schmutzige Babywal braucht dringend eine Wäsche. Zum Glück habe ich meinen extra großen Schrubber mitgebracht. Hab keine Angst. Während wir dich sauber machen, kannst du was essen. Mit dieser Spezialseife kriege ich das Öl ab, ohne deine Haut zu verletzen. Keine Sorge, es wird dir gefallen. Siehst du, eine Wäsche ist gar nicht so schlimm. Wir brauchen etwas, um zu verhindern, dass sich das Öl ausbreitet. Ich habe nichts, womit man so einen großen Öl-Tüppich aufhalten könnte. Wir müssen selbst irgendwas herstellen. Rocky. Hey, Ryder, was gibt es? Ich brauche ganz viele Handtücher, um etwas zu basteln, womit wir das Öl aufsaugen können. Ja, geht klar, Ryder. Wir treffen uns am Strand. Bring mit, was du finden kannst. Rocky rockt. Boah, Rocky. Du hast ja haufenweise Handtücher. Ja, das müsste auf jeden Fall reichen. Die anderen Fellfreunde haben mir geholfen. Wir müssen die Abenteuerbucht unbedingt retten. Okay. Wir drehen die Handtücher fest zusammen und verknoten sie miteinander. Dann haben wir eine Art großen Wischmopp, den wir übers Wasser ziehen, um das ganze Öl aufzusaugen. Seht mal her. Das ganze Wasser wird aufgesogen. Dasselbe passiert nachher mit dem Öl. Cool. Ich verstehe. Da müssen wir aber viele Handtücher aneinander knoten. Gut, dass wir das richtige Werkzeug haben. Greifer. Gute Idee, Rocky. Kann losgehen, Freunde. Gut gemacht, Zuma. Wir haben das meiste Öl aufgesogen, bevor noch mehr Ziere hineingeraten. Hu, hu. Okay. Und jetzt. Abspülen. Wasser. Wasser. Ich hatte wohl auch eine Wäsche nötig. Jetzt bist du sicher und sauber. Du vermisst bestimmt deine Mami. Oh, ich glaube, sie wartet schon auf dich. Oh. Ach, danke, Ryder. Das Loch von dem Schiff wird jetzt repariert und eure Handtücher haben das ganze Öl aus der Bucht aufgesogen. Die Helfer auf vier Poten haben mal wieder alles in Ordnung gebracht. Gut, dass wir helfen konnten, Captain. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Was haben sie gesagt? Ich glaube, sie haben Danke gesagt. Hey, habt ihr das gehört, Freunde? Ihr wart toll. Hm, jetzt bleibt nur noch eine Sache. Sky, du weißt, was du tun musst. Na klar, Ryder. Ja. Ha. So, jetzt sind sie gefüttert und jetzt, Freunde, seid ihr dran. Zurück zur Zentrale. Großvater über Bord. Hier, bitte sehr. Das sind ganz schön viele Ballons, Zuma. Ich weiß. Hä? Zuma, du musst warten, bis wir das Rathaus fertig geschmückt haben. Vorher kannst du nicht losfliegen. Das war lustig. Die Stufen müssen besonders schön glänzen. Wasserdüsen. Wasser, Marsch. Schaufel. Achtung, Freunde. Hier kommt die nächste Ballonlieferung. Passt perfekt. Ja. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Hallo, Ryder. Hallo, Fellfreunde. Habt ihr alles fertig? Ja, fast, Frau Bürgermeisterin. Meine ganze Familie wird bald hier sein, um den Ur-Ur-Ur-Großvater-Gutherztag zu feiern. Oh, wartet. Ist denn die Großvater-Gutherz-Statue noch nicht da? Wo ist denn die Statue geblieben? Ich hab Großvater reinigen lassen, damit er aussieht wie neu und er kommt mit dem Schiff zurück. Käpt'n Tollpatsch bringt ihn mit seiner Flunder zu uns. Er müsste längst hier sein. Hm? Hallo, Käpt'n Tollpatsch? Hallo? Hallo, Frau Bürgermeisterin. Wo ist Großvater-Gutherz? Direkt hinter mir. Er glänzt, so wie er noch nie geglänzt hat. Die haben ihn sagenhaft sauber geschrubbt. Wir sind ganz bald da. Dauert nicht mehr lange. Wow. Baby-Wahl voraus. Eine Sekunde. Käpt'n Tollpatsch, ist alles in Ordnung? Oh ja, nur ein kleiner verspielter Wal. Achtung! Oh nein! Komm zurück! Großvater über Bord! Über Bord? Wie meinen Sie das? Über Bord? Dein Grund zur Panik. Nur ein kleiner Notfall. Durchsage Ende. Ich bin sicher, er sagte Großvater über Bord. Hallo? Ryder, ich, äh... Ich brauch vielleicht Hilfe von der Paw Patrol. Wegen Großvater-Gutherz. Er ist... ...über Bord gegangen. Am Ur-Ur-Ur-Großvater-Gutherz-Tag. Oh Mann. Wir müssen ihn irgendwie rausholen. Aber wie? Legen Sie auf, Käpt'n. Rufen Sie die Paw Patrol. Oh, oh, hat er schon getan. Keine Sorge, Frau Bürgermeisterin. Wir bringen Ihren Großvater zurück. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Los, komm! Ja! Marshall, deine Wasserdüsen. Ach ja, Wasserdüsen. Marshall! Tut mir leid, Rubble. Ich meinte, Wasserdüsen weg. Tut mir leid, Rubble. Die Helfer auf ihr Pfoten sind bereit. Die Bürgermeisterin hat einen Notfall, Freunde. Käpt'n Tollpatsch war auf der Rückfahrt mit der Statue von Ur-Ur-Ur-Großvater-Gutherz. Aber sie ist über Bord gefallen. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Die Bürgermeisterin liebt die Statue über alles. Und wir werden sie zurückholen, Fellfreunde. Skye, wir brauchen dich, deinen Hubschrauber und dein Seil, damit wir die Statue aus dem Wasser ziehen können. Ich hebe jetzt ab! Zuma, könntest du bitte runtertauchen und das Seil festmachen? Ab ins Wasser! Alles klar! Die Helfer auf ihr Pfoten legen los! Unheilhaft rufen ihre Pfoten. Unheilhaft rufen und das Seil mit ihm. Rettungsweste aufblasen. Oh, Paw Patrol. Bin ich froh, euch zu sehen. Keine Sorge, Captain Tollpatsch. Wir kriegen die verlorene Statue schon wieder. Wo ist sie denn reingefallen? Sie ist direkt hier vom Schiff gefallen. Aber es ist zu tief, um was zu sehen. Ist schon gut. Ich habe ein Signal auf meinem Paw Pad. Es zeigt uns genau, wo sich die Statue unter Wasser befindet. Da ist er ja. Am Rand von dem steilen Abhang. Seht mal, die Fische mögen Großvater Guthers auch. Wir sollten die Statue schnell hochholen, bevor sie noch tiefer rutscht. Okay, Sky. Du bist direkt über der Statue. Alles klar, Ryder. Okay, Zuma. Ziehen wir die Taucherausrüstung an. Nein. Bist du steil. Bist du steil. Skupp. Aaaaa. Großvater Gutherz wurde umgeworfen und jetzt ist er am Rand eines tiefen Unterwassergrabens. Das Seil von Skye ist nicht lang genug. Wir kommen nicht an ihn ran. Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen eine Lösung finden. Ich habe der Bürgermeisterin versprochen, dass ich gut auf Großvater Gutherz aufpassen werde. Wir müssen es irgendwie schaffen, dass die Statue an die Wasseroberfläche schwimmt. Zum Beispiel mit Ballons. Ballons? Oh, klasse Idee, Ryder. So hebt man auf versunkene Schiffe. Was sollen wir bloß tun? Was sollen wir bloß tun? Hallo, Rocky. Ich bin hier, Ryder. Was gibt es? Das Hubschrauberseil reicht leider nicht bis zur Statue. Was brauchst du? Sag schon. Einen großen Ballon, der unter Wasser schwebt. Wir binden ihn am Großvater fest, füllen ihn mit Helium und dann hebt er ihn für uns an die Oberfläche. Ich habe genau den richtigen Ballon dafür in der Zentral. Sehr gut. Bring ihn und die Heliumflasche zum Anleger. Zuma ist unterwegs. Okay, hab verstanden. Hier ist die Heliumflasche und hier der Ballon. Danke, Rocky. Das müsste gut funktionieren. Vielen Dank, Zuma. Ist die Heliumflasche auch voll, Ryder? Fühlt sich so an. Zuma, du nimmst den Ballon mit nach unten. Wir haken ihn an die Statue, füllen ihn mit Helium und dann hebt er die Statue an die Oberfläche. Es geht los. Es geht los. Juhu, es hat geklappt. Es hat richtig gut geklappt. Vielleicht zu gut. Das war echt eine tolle Rettungsaktion. Aber wir können ihn nicht wegfliegen lassen. Sky, kannst du Großvater nach Hause bringen? Na klar, Ryder. Flügel. Ich hebe jetzt ab. Gut gemacht, Sky. Wir sehen uns beim Rathaus weiter. Willkommen, Familie Guterz. Jung und alt. Hallo, Tante. Gustav, hallo. Julius, Julia. Fehlt hier nicht irgendwas? Ja, ich habe Großvater Guterz reinigen lassen. Das war absolut nötig. Und na ja, wie es scheint, ist er... Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater-Gutherz-Tag und es gibt keinen Ur-Ur-Ur-Großvater-Gutherz? Guck mal, ein fliegender Hund. Huff, huff. Großvater Guterz. Ich wusste, die Helfer auf ihr Pfoten schaffen das. Ja. Großvater Guterz ist wieder da. Natürlich ist er wieder da. Flügel. Ruff. Reiter, Hunde, ihr habt's geschafft. Oh, wir danken euch. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Die Helfer auf ihr Pfoten haben den Tag gerettet. Den Großvater-Gutherz-Tag. Großvater Guterz hat noch nie so glänzend ausgesehen. Oh, danke, Gustav. Schön, das zu hören. Großvater Guterz sieht wirklich schick aus. Finde ich auch. Äh, warte, siehst du das? Oh, ich hab einen Tintenfisch auf dem Kopf geweckt. Danke, Ryder. Gern geschehen, Frau Bürgermeisterin. Und jetzt alle mal lächeln. Das ist wirklich eine blitzblanke Statue. Und kein Tintenfisch in Sicht. Ihr habt das mal wieder toll gemacht, Freunde. Jetzt könnt ihr spielen. Ja. Die Tintenfisch in Sicht.